Also, mein Name ist Christiane Knipp, ich bin die RT-Leiterin vom Mercedes-Benz R129 SL-Club vom Regionaltreff Bullen. Wir treffen uns alle vier Wochen in Leibheim am Stammtisch und planen dann da gemeinsame Ausfahrten. Und jeder meiner Mitglieder wird angehalten, in der Region, wo er wohnt, mal was zu machen. Und da hat dann der Achim, ich dann auf die Idee gekommen, wir könnten hier in Gingen bei Steifen mal was machen, den die Leute es nahe bringen und darum sind wir jetzt heute hier. Wir haben jetzt das Museum besichtigt, wir haben hier eine Führung gehabt, dann haben wir gemütlich gegessen und fahren wir dann nachher weiter nach Hürden in die Charlottenhöhle, auf dem Weg dahin durch das, wie nennt sich das Tal? Lohnetal. Lohnetal, ja. Genau. Und wie man sieht, den Kennzeichen nach, kommen sie von Kempten, von Augsburg, von Wattingen, von nah an fern und nehmen da dran teil. Der Club an sich besteht seit 2001, also mit Ende des letzten Modells, das von Brand lief, haben ein paar Mitarbeiter von Mercedes gesagt, wir können jetzt nicht das Auto einfach so sterben lassen und haben dann diesen 829 SL Club gegründet. Und der RT Ulm, der besteht seit 2005 und ich bin seit 2011 die RT-Leitung.